Willkommen zum nächsten Tutorial mit dem Lernziel, kreative Pfeile zu erstellen in Adobe InDesign. Ich habe hier schon meinen Pfeil erstellt und man sieht, wenn ich hier draufklicke, ändert sich mein Eigenschaftenbedienfeld auf meine Bedürfnisse. Klicke ich wieder auf die Zeichenfläche, ändert sich das Eigenschaftenbedienfeld. Klicke ich wieder auf den Pfeil, bin ich wieder im Transformieren Modus und im Aussehen Modus für meinen Pfeil. Hier kann ich meine Farbe ändern, indem ich hier draufklicke und zum Beispiel Ziehen auswähle. Möchte ich eine ganz andere Farbe haben für meinen Pfeil, gehe ich hier rein und ich sage neues Farbfeld und erstelle ein komplett neues Blau. Mit hinzufügen wird die neue Farbe zum Farbfeld, Bedienfeld hinzugefügt. Ich sage jetzt fertig. Nun zeige ich euch, wie ich diesen Pfeil erstellt habe. Ich wähle mein Linienzeichner Werkzeug, halte die Shift-Taste gedrückt und ziehe eine gerade Linie. Hier drüben ändere ich die Kontur auf ca. 7 Punkt, 6 Punkt, gehe hier rein und wähle eine andere Farbe. Wie erwähnt sind hier meine Farbfelder, meine gespeicherten Farben, kann aber hier oben auch jederzeit sagen, ich möchte eine andere Farbe haben. Mit hinzufügen wird es definitiv hinzugefügt. Wenn ich nur OK klicke, dann wird es nur einmal angewendet. Dann klicke ich hier in die Kontur rein und komme hier in meine Konturoptionen. Hier habe ich die Möglichkeit, den Abschluss zu ändern. Aber was ich jetzt hier machen möchte, ist den Typ der Linie zu ändern auf Wellenlinie. Ich möchte der Anfang und das Ende des Pfeils ändern. Anfang nehme ich jetzt ausgefüllten Kreis und Ende nehme ich jetzt zum Beispiel einen gekrümmten Pfeil. Wenn ich jetzt diesen Punkt kleiner haben möchte und diesen Pfeil größer, muss ich hier die Kette auflösen. Sobald die Kette aufgelöst ist, kann ich das Ganze hier einstellen und sagen, ich werde jetzt hier kleiner gehen, indem ich hier auf die Pfeiltaste drücke oder ich wähle einfach eine Nummer und sage 50 und Enter. Gehe nochmals rein, gehe jetzt hier aufs Ende des Pfeiles, nochmals schauen, dass die Verknüpfung gelöst ist und kann jetzt hier sagen, ich möchte aber das Ende des Pfeils, der Pfeil selber, grösser machen. Hier kann ich das Ausrichten ändern, ohne dass ich die Enter-Taste drücke, bin ich jetzt hier im Bedienfeld geblieben. Sobald ich die Enter-Taste drücke, wird es bestätigt und ich komme wieder aus meinem Bedienfeld heraus. Ich kann aber jederzeit wieder hereingehen und auch noch sagen, Farbe für Lücke, zum Beispiel in meinem Fall gelb. Ich kann auch den Farbton der Lücke anpassen, wenn ich das Geld dezenter haben möchte, bestätige wieder mit Enter. Ich kann aber auch noch die Deckkraft anpassen des ganzen Pfeiles, zum Beispiel. Ich kann hier auch auf Effekte klicken, bekomme hier mein Effekte-Bedienfeld und kann auch hier noch sagen, was ich genau an Transparenz hinhaben möchte. Ich habe hier Füllmodi verschiedene, wie in Photoshop. Ich habe hier die Möglichkeit, die Transparenz einzustellen für das Objekt, Kontur oder Fläche. Ich kann hier auch sagen, ich möchte zum Beispiel einen Schlagschatten haben. Wenn ich das anwähle, hier einen Schlagschatten aktiv habe, kann ich sagen, was ich für eine Deckkraft haben möchte. Ich kann hier sagen, was ich für einen Versatz haben möchte. Ich kann auch sagen, was ich für einen Winkel des Schattens haben möchte. Die Grösse des Schattens, je grösser, umso weicher, je kleiner, umso härter. Und wenn mir das Ganze gefällt, sage ich OK. Sollte ich später diesen Effekt nicht mehr haben wollen, gehe ich hier wieder rein unter Effekte, Schlagschatten, wähle meinen Pfeil an und deaktiviere meinen Schlagschatten damit. Mit diesen Methoden könnt ihr unzählige Pfeile erstellen mit unzähligen kreativen Möglichkeiten. Viel Spass damit!